Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen. Heute zeige ich euch, wie ihr in Schulkommsi einen Unterrichtsraum einrichten könnt. Wir starten mal von der Schul-Homepage über den Punkt Personal und Lehrkräfte und hier gibt es dann den Menüpunkt Schulkommsi SH Schulintern. Da klicken wir einmal drauf. Hier ist dann der eigentliche Link und wir kommen auf die Kommsi Startseite. Hier ist es jetzt wichtig, wenn ich einen Raum für meine Klasse anlegen möchte, dass ich mich in die Instanz Unterricht begebe. Ich klicke also einmal auf Unterricht, dass es dann rot hinterlegt. Dann kann ich mich hier anmelden. Dazu trage ich meine Zugangsdaten hier in das Feld ein und melde mich an. Sobald ich eingeloggt bin, werde ich zum Dashboard weitergeleitet und bereits hier kann ich die Option auswählen Raum anlegen oder wo auch immer ich mich in eingeloggtem Zustand befinde, kann ich oben auf dieses rote Kommsi Symbol gehen. Da klicke ich drauf und komme dann auf diese Ansicht und auch hier habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich möchte einen Raum eröffnen. Egal welche beiden Varianten ich wähle, ich komme nach einem Klick immer zu dieser Ansicht. Und hier vergebe ich den Raum. Der Raum heißt immer bwz-edit-martial. Dann ein Bindestrich. Dann kommt die Klassenbezeichnung, also das Klassenkürzel, so wie wir es aus unterscannen. Bsp, wie Beispiel 9.0. Und dann kommt noch der Standort der Klasse, also Meldorf oder Heide. Dann sage ich, ich möchte als Raumtyp einen Projektraum auswählen. Die IQSH-Vorlage kann ich so belassen. Dann findet eine Zuordnung zu einer Schule statt. Das ist für uns natürlich das bwz-edit-martial. Und die Systemsprache kann ich so lassen. Dann wird das ausgewählt, was im Browser voreingestellt ist. Oder ich kann die Sprache auf Deutsch oder Englisch festlegen. Hier kann ich noch eine Beschreibung des Raumes einfügen. Zum Beispiel, dies ist der Klassenraum für die WSP 9.0. Dann klicke ich auf Speichern und der Raum ist angelegt. Ich kann ihn betreten und komme in einen standardmäßig vorkonfigurierten Raum. Hier gibt es diverse Einstellungsmöglichkeiten, die wir in anderen Videos erklären. Eine Sache möchte ich noch zeigen. Und zwar hier links im Menüpunkt Einstellungen. Der steht nur dem Raum-Moderator zur Verfügung. Kann ich unter Weiteres ganz unten auf der Seite noch festlegen, dass es Nutzungsvereinbarungen gibt. Das aktiviere ich. Die möchte ich gerne haben. Und hier kann ich die Nutzungsbedingungen von Comsi rein kopieren. Wenn ich dann auf Speichern klicke und die Nutzungsbedingungen hier drin sind, dann müssen die Teilnehmer vor Zutritt zum Raum auch immer noch einmal digital die Nutzungsbedingungen akzeptieren. Parallel dazu werden diese ja im Klassenraum ausgeteilt und die Nutzungsbedingungen auch unterschrieben. Sobald ich das gemacht habe, kann ich zurück zum Raum und der Raum ist grundsätzlich erstmal fertig eingerichtet oder zumindest vorhanden. und die weiteren Schritte, das könnt ihr in den weiteren Videos sagen können. Vielen Dank.